Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an der Mission Throwdown und mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, ähm, wir haben mal wieder ein paar Kommentare erstmal. Und dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Kommentar an von Pet2003. Wie heißt dein Clan Herr Gleich? Und kann ich reinkommen bitte? Also erstmal, beide, also wir haben zwei Clans, Sofort und Gleich YouTube und Sofort und Gleich YouTube 2. Und, ähm, also um in Gilde Nummer 1 kommen zu können, musst du, solltest du schon im Secret Fight Club sein. Und ziemlich, also eigentlich total überaktiv. Gilde 2 sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Da, ähm, akzeptieren wir Spiele ab Level 10. Allerdings, ähm, macht's auch hier Sinn, dass du mal mindestens, mindestens 20 Leggies hast, ähm, weil alles andere darunter... Also selbst bei 20 Leggies wirst du schon deine Probleme bekommen, ja, mit den Gegnern. Und das macht dir dann keinen Spaß. Also auf jeden Fall braucht man absolute Aktivität, also volle Aktivität. Und dann, ähm, musst du mir mal in die Kommentare reinschreiben, wie stark du bist und wie aktiv du bist. Und dann melde ich mich bei dir. So. Dann gehen wir in den nächsten Kommentar. Das ist natürlich wieder von Maxi Max. Hi Maxi Max. Grüßt du mich jetzt immer, wenn irgendwas mit Klaus Heißler kommt? Maxi Max, ich grüße dich immer. Ob mit oder ohne Klaus Heißler. Ist völlig egal. Ich grüße dich immer. Sei gegrüßt, Maxi Max. So. Maxi Max nochmal. Weißt du schon, welche Box du aufmachst, wenn du genug Gems hast? Ja, also, ähm, ich versuche jetzt noch bis zum Donnerstagabend, weil dann ist die weg, hier die Wingnut Box zusammen zu bekommen. Und das wäre ja mal nicht das Schlechteste. Jo, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an, gucken wir uns mal an, was es hier so aktuell gibt. Jetzt haben wir hier der Peggy als Jackpotpreis. Ist natürlich auch eine farmbare Mythic. Also insofern jetzt nicht wirklich empfehlenswert, da alles reinzuballern. Hier haben wir nach wie vor den Boomhauer in der Box. Klepto Box und Wingnut Box habe ich gestern bereits vorgestellt. Und dann gehen wir doch gleich mal rein in die Meisterschaft. Und da haben wir heute ein paar sehr, sehr interessante Kombos am Start. Das ist, also Kombos, die ich so in dieser Form auch noch nicht gesehen habe. Und dann gibt es natürlich einen Oberhammerknüller, den wir jetzt hier schon. Also jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und, ähm, das wollte ich so nicht. Ich wollte erstmal hier hin. Und jetzt wollte ich sie aufmachen. Also, Steve and the Ass Stones heißt das Ding. Und irgendwie jetzt passt das besser. Steve and the Ass Stones habe ich vorher noch nie gesehen. Sieht. Ah, gut. Bombe hat er. Schild für alle. Also jetzt. Das Durchbrechen der Mauer. Ja, ist keine schlechte Kombo. Aber, ähm, auch hier wiederum 500 Gems. Zu viel. Zu viel. Zu viel für 500 Gems. Also, umgekehrt. Zu wenig für 500 Gems. Wollte ich eigentlich nicht sagen. So. Dann schauen wir uns die nächste Kombo mal an. Und die nächste Kombo ist hier Dance Party Bobby. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dance Party Bobby. Muss ich mir jetzt auch erstmal zur Gemüte führen. Dann, okay. Na. Also Push nach rechts und links. Dann Leben heilen, wenn eine Kombo gespielt wird. Und alle heilen. Okay. Okay. Aber nur mit Gamer Karten. Na. Ist also auch kein Wunder, dass ich die Kombo noch nie gesehen habe. Besonders prickelnd ist die auch nicht. Und dafür 500 Gems lohnt sich nicht wirklich. So. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Weil jetzt kommt eine. Oh, nie die See. Und kommen mir jetzt die Tränen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war okay. Also Fighter und Armed sind ja vorbei. Zum Glück. Also, als sie kombiniert gewesen sind. Ähm. Claw Plash. Das war eine Kombo. Ja. Die. Ist ja nur Abend. Ja. Ist ja nur Abend. Das war eine Kombo gewesen. Ähm. Die hat mega übel wehgetan. Und die tut auch immer noch ziemlich weh. Ist halt ne Säufe-Kombo. Okay. Jetzt haben wir hier aktuell. Hier haben wir mal eine mit der Mythic. Und einer Leggi der Capoeira. Und wenn das Ding ausgespielt wird. Und wenn da jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da jetzt einer noch zwei Krönchen drauf hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann können wir uns warm anziehen. Aber gut. Ähm. Zum Glück ist es ja Abend vorbei. Insofern gibt es jetzt inzwischen andere Kombos, die vergleichbar stark sind. Also für jeden, der den Seidberg in Mythic hat. Schaut heute rein in den Shop. Die Combo Mastery und holt es euch. Weil das ist. Darauf wartet man gerne. So eine Kombo. Ich habe ihn leider nicht. Ich habe den hier. Und darüber bin ich jetzt nicht wirklich glücklich. Den Agent Bender. Äh. Naja. Was soll ich dazu sagen. Der Agent Bender ist jetzt nicht wirklich die Mega-Karte. Beziehungsweise die Mega-Kombo. Also für mich ist heute nichts dabei. Wenn etwas für euch darunter ist, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Was. Was. Habt ihr euch irgendeine geholt? Habt ihr den Seidberg? Holt ihr euch Claw Flash? Ja. Und ähm. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich auch über euer Abo freuen. Klar. Logisch. Hilft uns da weiter nach vorne zu kommen. Das wäre super cool. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Animations Rolldown. Mit mir werden wir gleich. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.